Servus liebe Freunde und Herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja meine Lieben, ich bin hier in Hateno. Ich glaube ich war hier nämlich nur mal um den Sensor abzugeben. Schicker Sensor. Und ja, ich bin ein bisschen durch die Weltgeschichte rumgegurkt. Aber das ist eigentlich noch nicht alles. Ich war ja eigentlich bei Gerudo stehen geblieben. Wir machen uns auch bald wie auf den Weg hin. Bloß ich habe mich entschieden, ich möchte nämlich doch noch ein paar Sachen vorher erstmal machen. Sprich, einmal möchte ich das Gebiet, ich glaube das gehört noch hier zu Firerun, das möchte ich noch aufdecken. Dann möchte ich noch hier hin reisen. Da habe ich nämlich mal ein Dorf von Tobu Rasa, das wollte ich mir nochmal anschauen. Und zudem habe ich ein paar Schreine aufgespürt. Hier und da, die habe ich alle schon mal so ein bisschen, als ich die Gebiete erkundet habe, habe ich nochmal die, die haben mir hier rausgepickt gehabt. Weil ich dachte, das ist ein bisschen Zeit und das war auch wirklich halt nur, ähm, ja Schreine, die bei uns auch wirklich in der Nähe waren. So, einmal der Vaku Kato Schrein, da habe ich wohl was noch nicht abgeschlossen. Bin ich der Meinung, dann müssen wir nochmal kurz hin. Vielleicht war es der Strein mit dem Riesenhammer, wenn, dann habe ich natürlich ein Problem, weil ich habe gerade keinen Parat. Weil es war auf jeden Fall irgendwo noch ein Schrein. Da hätten wir ja zwei Helden, Symbole, was war es nochmal, Helden-Embleme. Ja, ich komme nicht mal auf den Namen, schon zu sagen, ja. Ähm, ihr wisst, was ihr meine, ähm, kriegen können, glaube ich. Deswegen wundert mich das ein bisschen. Aber müssen wir mal gucken. Habe ich überhaupt eigentlich nochmal mit? Also ganz nebenbei. Toll, ich habe ich nicht mit. Ähm, gut, dann mache ich den Schrein in meinem Anlass, weil ich weiß nicht mehr, ob es der überhaupt war. Ähm, ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal hier in dem Gebiet an. Moyo-Yimou-Schrein. Hätte ich mal auch einen gesparen können, ne? Hm. Dieser Schrein, den haben wir schon öfters gesehen, also es ist kein Versteckter. Das war damals noch zur Anfangszeit. Wir sind auch, ähm, oben an der Klippe von Athene rumgelaufen gehabt und ein Schrein war auch wirklich ganz, ganz oben auf der Klippe. Ja, das hat auch gut gedauert gehabt, da hinzukommen. Denn ich zeige euch das mal eben kurz, dann wisst ihr auch, wo das ist. Guck, da hinten. Moment, 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 Moment. Ich glaube, wir sind damals von ungefähr da vorne in der Richtung zurückgekommen. Ich glaube, hier so waren wir. Was ist das denn da unten? Achso, das ist ein Vogelnester. Alles klar. Gut, ich muss mal irgendwie auf den Vorsprung. Das war jetzt leider rein nicht so geplant. Oh, Mann. Ein Stein? Ja, das war klar, dass du, Mistkehle, dich hier versteckst. Mit steiner Felskante? Ja, hier versteckst du einen Krog. So, da unten ist nämlich auch ein Schrein. Der ist einfach eigentlich leicht zu erreichen. Wenn ihr von dem Schrein hier oben einfach mit dem Gleiter runter segelt, kommt ihr da hin. Also recht einfach. Ich glaube, da hinten wollte ich auch noch mal hin. Aber ist auch egal. So. Erstmal passt es sogar auch eigentlich ganz gut, dass wir hier sind. So. Herrgott, noch eins. Gut, wir, meine lieben Freunde, machen uns jetzt erstmal auf den Weg hier rein. So. Und habe ich eigentlich... Äh, habe ich nicht. Und ich müsste eigentlich noch irgendwo eine Kochstelle finden. Das wäre eigentlich ziemlich nice. Weil ich nämlich gleich von hier aus noch woanders hinfliegen muss. So, was gibt es denn hier? Kraftprobe... Mittel! Oh, geil! Ich denke, ich bin mit dem Kraftprobe. Da freue ich mich aber. Gut, Ritterschwert. Nehme ich mal... Das Schild noch hier. Das Fischerschild. Und los geht's. Welchen Bogen habe ich gerade ausgerüstet? Ich glaube, der Exile-Forst-Bogen ist das? Jo. Gut. Was kommt da hochgefahren? Ach, wir, nur so ein Roboter. Hallo, mein... Oh, halt ein Schild. Oh! Okay, damit habe ich nicht gleich net. Komm her, mein Freund. Kommst du her? Au! So, wann hat der denn so einen Schack drauf? Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen reinfuchsen. Wo habe ich denn... Habe ich nichts zu essen? Okay, ich habe wirklich nichts mir zu essen gemacht. Das ist natürlich sehr gut. Ähm... Das kann ich nicht hier essen. Wovon ich ein bisschen mehr habe. So, ich habe nämlich keinen Bock, was gemacht ist, gerade zu essen. Ach, gut. Komm her, mein Freund. Link, warum gedückst du dich? Du sollst dich nicht dücken, verdammt! Na gut. Na ja, so. Ja, Mist. Ich glaube, ich sollte doch mal eben schnell mich umrüsten. Wäre vielleicht keine schlechte Idee. Äh, habe ich noch irgendwas? Wow, der da... Wow! Alter! Schluss jetzt! Aber sag... Warum funktioniert es mit dem Ausweich nicht mehr? Sorry, die wir von... Ich habe, wie gesagt, schon etwas länger... Kein Breath of the Wild mehr gespielt. Ich muss mir erstmal wieder... Naja, ein bisschen... Reinsammeln. Ich bin erstaunt, dass ich so wenig... Nicht so was mag ich eigentlich jetzt nicht. Er ist ein verdammt... Warum habe ich von nichts Richtiges? Komm, muss ich für schreien dann. Hörst du mal auf damit? Link... Ich hasse das! Ich weiß nicht warum. Link duckt sie immer. Boah, ich stelle mich hier an wie ein Letzter Noob, ey. Komm, jetzt habe ich die Schnotte voll. Gut, da ist das Schild auch weg. Ach, warum klappt das denn nicht? Okay, ich brauche ein neues Schwert. Ja, Feier geht auch, mein Freund. Aber geht doch nicht. Ich glaube, Feier macht ihn eher weniger was aus. Äh, was habe ich denn noch hier? Ich stelle mich hier gerade ein bisschen blöd an. Komm, ein Rischwerbe noch. Mann. Ich glaube, mein Problem ist eher, dass ich gerade... Anders an... Ich check's nicht. Boah. Ich habe mich doch verholen, die Piepen hier. Gut, komm mal in das Königsschiff dran. Jetzt habe ich die Schnotte voll mit dir. Na, was macht ihr jetzt? Kann man mir ganz so weit aus den Fernen angreifen. Na, irgendwas bereitet er vor. Oh, Laser. Oh, Laser. Ich hoffe, dass ich hinter den Säulen sicher bin. Oder? Ja. Wow. Alter, hör auf damit. Das tust du nicht. Gut, ich habe mich gerade mega blöd hier angestellt. Ich gebe es wirklich gerne zu. Boah, ich muss echt wie öfter das Kämpfen üben. Wächterachs plus. Wächter Schild plus. Nice. Ich muss echt wie öfter das Kämpfen üben. Ich bin richtig schlecht geworden. Ja, das kommt davon, wenn man irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, ich drei Wochen habe ich mir gespielt oder so. Also jetzt richtig so kämpfen. Sonst habe ich noch mal erkundet. Ja, jetzt muss ich noch einen Bogen wegschmeißen. Ich habe keinen Bogen weg. Grude Bogen würde ich gerne behalten. Komm, was ist denn mit dem Scheiß? Gitterbogen. So, sehr schön. Gut. Den Schrein haben wir geschafft. Wenigstens etwas. Aber ich muss echt diesen mit dem Perfekten ausweichen. Das muss ich noch trainieren. Ich bin da so schlecht, das haben wir gerade gesehen gehabt. Und das, äh, nee. Das ist einfach unschön. Wirklich. Das geht so nicht. Ja, ich bin, ähm, mache gleich aus einem bestimmten Grund. Setze ich gerade noch keine Amiibos ein. Ich zeige euch gleich, weswegen. Gut. Jetzt bin ich hier. So, meine lieben Freunde. Ich suche am besten. Bräuchte ich jetzt noch eine Stelle. Zum Kochen. Aber leider finde ich hier, glaube ich, gerade nichts. Weil ich brauche nämlich richtig viel Ausdauer. Ja, weil ich jetzt gerade leider nichts finde. Äh, komm. Ich jump mal eben kurz runter zum anderen Schrein. Dann machen wir das, was ich eigentlich vorhatte. Da seht ihr mich schon. Auf dieser Insel müssen wir. Das ist nämlich auch noch was. Also kann man sich schon ein bisschen so denken. Weil, guck mal, die ist echt ziemlich weit abgeschnitten. Das ist wirklich so die Grenzkarte von Hyrule. Und, um da hinzukommen, braucht man echt viel Ausdauer. Eigentlich, ich glaube, eigentlich braucht man sogar so zwei Balken. Man kann auch mit dem Fluss machen, aber mit dem Fluss dauert es ein bisschen alles zu lange. Deswegen ist das, man gleitet auch recht machbarer. Aber man braucht halt, wie gesagt, mehr Ausdauer. Ach, guck mal, das ist über den Krog. So, mit ein bisschen rumtricksen, bist du hier. Da ist okay, da schreien. Gut. Was soll ich denn da? Soll ich durchschießen? Äh, keine Ahnung. Vielleicht soll ich da um den Fluss sind. Ach, guck mal, da ist eine Truhe. Da ist eine Truhe. So, jetzt komm mal her. Ja gut, vielleicht kann man sich auch mit einem Eisen einen Blick rüber machen. Glaub ich bestimmt auch. Zehn Holzpfeile. Sollte man meinen, damit sind wir unzufrieden sein. Aber, ich weiß Gott nicht. Gut, 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 gut. Komm mal her, Krabi. Wenn du schon her bist. Hey! Das geht auch für dich, mein Freund. Dankeschön. Gut, nächster Schreien. Ich hoffe, da erwarten mich kein Roboter. Und ich muss ein Auge haben auf meinen Kater. Ja, meine lieben Freunde. Ich wohne zwar alleine, aber ich muss gerade auf den Kater meiner Eltern aufpassen. Finde ich eigentlich ganz schön, wenn wir hier ein bisschen... Oh Gott, warum? Warum? Warum zum Fick muss ich immer? Oh Gott. Okay, jetzt kann ich zeigen, was ich drauf habe. Nämlich gar nichts. Schwierig. Ja gut. Wer kommt auf Idee so zwei... Ich habe jetzt mit so einem Riesen, Riesen, Riesenwäscher gerechnet, aber... Hat der drei Waffen? Und 3000. Ja Gott! Ich glaube, ich sollte was trinken. Ähm... Was nehme ich denn mal? Das sieht gut aus. Los geht's! Komm her, Meister. Na, machst du die Roterblätter? Yo! Na, komm her. Miss. Zu früh. Na, ich glaube, er holt wieder aus. Nimm das! Hör auf damit. Warum hat sich die Musik geändert? Oh, oh! 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 Komm her, mein Freund. Gut, bisher läuft es schon besser. Komm. Ich bekomme sie. Feuer mit Feuer. Hier. Au! Das hat wehgetan. Kannst du mir das Neues anverlassen? Okay, mal was Neues. Hier, mein Freund. Breitzeiten vom Feinsten gibt's hier. Boah, Link. Boah, Link. Hör auf damit. Oh, oh! Mein Waffelschrott. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ach, die Wächter Axe Plus habe ich noch. Au! Hilfe! Lass die Mist! Take this! Take this! Verdammt. Böse! Lass die Mist! Lass die Mist! Lass die Mist! Ich hoffe, meine Ausdauer erholt sich bald. Oh! Scheiß! Ich muss ran! Wack es nicht! Dann geht down! Geht down! Puh! Knapp! Zwar nicht diesen perfekten Aufsweichmove gezeigt, aber hey. Welch der Axe Plus Plus? Alter, jetzt hauen die hier aber raus. Welch der Lanze Plus Plus? Genau das ist das. Das wäre schwer. Plus Plus. Ne? Yo! Nice. Nice. Ja. Mein Kader hat die Kautschimpf stattgenommen. Was kriege ich hier? Rüstung. Kletterhandschuhe! Jawohl! Speziell geappetite. Fingerspitzen erlauben. Kraftsparendes Klettern ohne abzurutschen. Ja, nice! Mach ich gleich beim nächsten Mal nicht. den Kakariko. Gleich jetzt mal aufwerten. Ha! Ja! Dann haben wir, glaube ich, eine wirklich komplette Kletterausrüstung, ne? Das ist geil! Hat sich voll gelohnt, hierher zu kommen. Zeichen der Bewährung. Das war dein Name. So. Ich dachte, es ist vielleicht auch mal interessant, wenn wir nicht nur erkunden, wenn wir auch ein bisschen Schrein-Action machen. Und, ähm, ja, wie gesagt, ich würde auch gerne das Master Schwert bald finden, ne? Ich glaube, vielleicht so nach dem zweiten, also sprich, sozusagen nach dem zweiten Dungeon wenn wir fähig haben, vielleicht können wir ja schon das Master Schwert finden. Und ich bin der Meinung, in diesen verlorenen Wäldern, wo wir waren, da muss es sein. Es gibt ja eigentlich keinen anderen Ort, den mir gerade einfällt. Gut, ich sehe gerade, dahin das Gebiet, das kenne ich auch noch nicht. Da müssen wir auch noch mal hin. Ich glaube, das mache ich sogar auch. Ja. Gut, ich teleportiere mich mal eben kurz. Warte, wo bin ich denn eigentlich? Dahin. So, der ist fertig. Ich teleportiere mich mal eben kurz von hier aus. Dann fliege ich da runter, am Strand. Guck mal, was da ist. Und da muss ich dann nochmal oben auf den Berg, um zur Insel zu kommen. Ja, alles kompliziert, aber man muss es ja machen. Und da können wir uns auch noch weiter durch die Gegend, ähm, teleportieren zu den anderen Schreinen. Ich dachte, es ist einfach mal, ähm, halbwegs in Ordnung, wenn ich nochmal in die eigenen Gebiete rumgucke, wo dieses Schrein ist, was wir vergessen haben. Und ich dachte auch noch zu dem, ähm, wenn ich in die neuen Gebiete, wo wir noch nicht waren. Ich habe noch nicht wirklich was erkundet. Ich habe nur die Grenzen betrieben gehabt und der nächsten nahe gelegenen Schrein. Und, äh, spinne ich, wo ist es da hinten? Oh! Guck mal! Das sieht auch aus wie ein Schrein da unten. Und ich glaube sogar, da hinten ist ein Dorf und da ist ein Turm. Aber ich glaube, wenn wir vor einen Stall ausreiten, müsste es, glaube ich, am näher dran sein. Müssen wir gleich mal schauen. Gut. Auf jeden Fall, das sieht auch ein bisschen... Wenn Katzen fliegen, jagen, ey, ich sehe schon meine Lampe Schrott gehen. Campino, mache nichts kaputt bitte aus meiner Wohnung sein Richtung. Ups! So! Sicher gelandet? Ach, ist ein ganz schöner Strand. Wo ist denn das? Achso, nicht ihr! Habe ich irgendwas, womit ich euch... Woh! Woh! Was? Warum ist das Messer schon kaputt? So! Holmkarton! Was ist denn das? Ah, das ist ne cool! Ich dachte, es wäre gerade eine, ähm, große Muschel! So, dann geht mal ja! Rotor oder Robin! Kann ich mit Leben? Was ist das hier? Ach, Maximmuschel! Komm her, Krawal! Hm! Selten ist hier! Scheint es, als ob hier viele Tiere leben! Moment! Hier! Aber nicht! So! Was ist das hier? Großrübe! Hallo! Sonst ist hier gar nichts, kannst du mir doch nicht erzählen! Na, das sieht mir doch schon nach was aus! Hm! Probieren wir es aus! Aufstehen! Verdammte Scheiße! Ups! Hey! Hörst du auf! Böse! Was weiß ich nicht? Ein Ruder? Braucht das viel Angriffskraft! Gut! Mit dem heiligen Ruder kriegst du jetzt ein, das aufhören, dann weiß ich was! Alter, der Ruder, äh, das Ruder? Doch, das Rohr. Hat gerade einfach meine Eisenkiste zerschlagen. Läuft mit dem. Nein! Mein Obst. Ihr lebt doch. Wind! Wind! So. Katze! Hey! Campino! Campino! Der kommt auf Ideen. Wisst ihr, was der gerade gemacht hat? Mein Kater. Springt beim Fernsehen. Schuppert sich dran, dass mein ganzer Fernseher wackelt. Ich hab den gerade schon von, ähm, Sideboard. Was ist das Sideboard? Ich glaube, ja. Auf jeden Fall von meinem, äh, da wo Fernseher draufsteht. Ich hab den runterfliegen sehen, ey. Der schafft so einiges, dieses Katzentier. Und hier unten war tatsächlich was. Oh, Tops! Oh, geht doch. Was haben wir hier? Rubine? Yo! Aber außer ein kleines Lagerplätzchen für die war hier, glaube ich, nix, ne? Würde ich sehr schade finden. Und ich brauch' Geschwindigkeitstranks, ey. Ich brauch' so vieles. Ich bin gierig. Na, brauchst du bei dir wahrscheinlich nicht sein, oder? Aber da könnte ein Krog sein. Dieser einzelne Felsen. Na? Nee? Hm. Ich guck mal, die ganze Insel leuchtet jetzt auch sogar hinten. Aha! Ich wusste doch, hier hier feuersteckst du einer. Gut, 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 gut. Ich brauch' jetzt nur noch ne... Äh, Feuerstelle kann ich ja auch knicken, ne? Bei dem Wetter. Moment, ich kann doch mal eben kurz mich nochmal umrüsten. Meine Schabenmütze. Wie sieht das denn aus? Oh! Ich glaub, das scheint die komplette Rüstung zu sein. So. Na, passt. Ich weiß gar nicht, wo hab' ich denn die anderen Sachen hergehabt? Das Kopftuch und die Hose. Ich glaub, die Hose hab' ich gefunden, das Kopftuch hab' ich, glaub' ich, irgendwo gekauft, ne? In der Boutique. Hm, bisschen steuer könnte ja ruhig sein. Egal. Gut, da muss halt mein Essen dafür dran glauben. Ich glaub' ein... Reichskloß oder so hab' ich, glaub' ich, noch. Was die Ausdauer wieder herstellt. Wir machen uns jetzt einfach auf'n Weg zur Insel, weil... Ja, gefühlt, wie gesagt, wär' ich nicht schneller an und... Ne. Hm, 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 hm. Also, die Ladenzeiten sind doch netzer nervig. Und ich will unbedingt, ähm, hier wieder den großen Krog finde ich. Hab' schon 60 Stück und ich glaube, ich könnte ruhig mal ein paar mehr Slots vertragen. So. Spielt der Winter auch wenigstens mit? Nicht, dass ich, was bei Eva so lande. So, von wo muss ich denn überhaupt jetzt abspringen? Ich seh' nix bei dem Wetter. Hallo. Ey, scheiße, sieh' wirklich nix. Ich glaub'... Da ist die Insel. Boah, nee, du. Wenn du hier auch nix siehst. Na, los geht's, liebe Freunde. Ich weiß gar nicht, ob es so gedacht ist. Ich glaub', man kann auch bestimmt mit dem Floß rüberkommen. Aber ich glaub', da steh' ich mir sogar ein bisschen... ...schwieriger vor. Boah, es dauert noch länger. Das kann natürlich auch sein. Also, ich muss dir sagen, mit dem Gleiter finde ich eigentlich echt... ...ne ziemlich coole Erneuerung im Breath of the Wild. Ja gut, es gab diesen Fallschirm, nennen wir's mal. Ist die... Ach, da ist... Ich hab grad den Insel nicht mehr gesehen, ey. Ähm, gut, jetzt gibt es den Fallschirm. Der ist natürlich auch ziemlich nice. Den Link in Skyward Sword hatte. Aber... Ich glaub', ihr wisst, was ich mein', ne? Der war ja eigentlich nur dazu da, damit Link wirklich landet. Wenn er von den Himmels Inseln kommt. Und hier haben die das Ganze echt so'n bisschen zu Ende gedacht, würde ich doch meinen. In dem... Wo ist mein Ausdruck überhaupt? Da. In dem man wirklich damit fliegen kann. Finde ich das denn nice. Das ist schon ne coole Erneuerung. Und... Da, meine lieben Freunde, ist der Strand. So, aber was hat... Denn eigentlich jetzt... Oh. Da schwimmen auch Gegnerwasser. Schaffe ich das, ohne nasse Füße zu kriegen? Nein, 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 schaffe ich nicht! Jod werde! So, wo ist mein... Rein in die Schwimmklamotten? Ey, komm, ich kann doch jetzt hier nicht abschmieren, weil ich das Landufer nicht mehr reiche. Servus! So! Wer auf dieser Insel weist, bekommt eine Prüfung zugeteilt. Werkzeuge waren bislang deine Kraft. Hast du je ohne eine Prüfung geschafft? Leg ab dein Werkzeug! Stell dich jeder Prüfung mit der Kraft die Rute in dir. Ja, neben den zwei Moblins. Sehr gut. Um diese Prüfung zu bezwingen, sollst du drei Altäre Juwelen darbringen. Bist du Sieg reist? So findet hier dein Werkzeug den Weg zurück zu dir. Ja, meine lieben Freunde! Ich glaube, ich soll erstmal flüchten. Vielleicht ist er blöd genug. Kollege! Und wie blöd er genug ist. Juhu! Ich habe Essen! Nein, du Fisch! Verdammt! Alles nehmen, was du kriegen kannst. So. Gelöscht. Boah, mit der Schülter näher! Reiseschwert! Nice! Ja, zurück zu den Anfängen, meine lieben Freunde! Von Breath of the Wild! Nee, ich finde das ist eigentlich eine ziemlich geniale Prüfung. Die wird einfach alles abgenommen, was du hast. Und damit musst du jetzt... Alles klar! Danke, wie war... Oh Gott, was macht ihr denn hier? Kann ich gegen euch überhaupt... Okay! Man sieht sich! Man sieht sich! Die wird nicht mehr alles genommen. Und... Du musst ähm... Zusehen, wie du klarkommst. Ach, die Bomben habe ich noch! Okay, ich wusste gar nicht, dass ich mein Tablet auch noch habe. Ich dachte eigentlich, das wurde mir auch abgenommen. Aber gut! Na toll! Jetzt habe ich den Apfel... Habe ich den Apfel bei mir hingeschossen. Gut! Ich war eigentlich der Meinung, die waren nicht da. Aber... Okay! Damit kann ich arbeiten. Auf jeden Fall... Ähm... Wie gesagt, ich war mal Kunden. Bin hier hergefunden gehabt. Habe dann aber schon... Gemerkt gehabt, dass die Prüfung, ähm... Hier empfängt. Und habe dann einfach mal... Ähm... Ja! Wie gesagt, das dann beendet, weil... Ähm... Wie gesagt, ich habe hier echt keine Ahnung, was mich jetzt hier erwartet. Das war ein Ochse. Gut, mit der Route kann ich wahrscheinlich nicht so viel anfangen. Noch mehr Route. Wollen wir noch? Okay, da ist der Erste. Ich denke mal, da brauche ich Eis und halt... Survival-Bombe! Wo ist der Vogel hin? Au! Hör auf damit! Ah, ein Pilz! Nice! Pilz! Oh, Mist! Da ist ein Echster gewesen. Hey, Ochse! Ich habe hier keinen Bogen. Verdammt! Du kommst mir nicht, Freundchen! Geh mir Fleisch! Der lebt ja immer noch! Geh mir Fleisch! Du sollst nicht schwimmen gehen! Geht doch! Hey! Vereinigte die Welt! Ob sich das gelohnt hat? Hörs mal auf! Komm her! Okay, das war nix. Zum Sperrfischer eigentlich... Alter! Was ist da? Chuck Norris, der Octorux? Okay, als Sperrfischer eigentlich mich nicht, wollte ich gerade sagen, bevor ich so... Oh, die Kiste! Mich vorher so rüber unterbrochen wurde, aber... Okay! Gut! Warum die Bombe denn hier? Ach, mein Gleiter hab ich auch noch! Nice! Nein! Ach, ich bin so'n Troll! Ach, ich bin so'n Troll! Ich bin so'n Troll manchmal! Willst du mich verarschen? Was ist mit der Kiste denn los? Kiste! Sei cool! Ach, Gott, nee! Warum passiert mir immer das? Hops! So! Nicht runter! Du sollst öffnen, Link! Dankeschön! Ja, gut! Nacken, Füßen gegen Tränen ist auch irgendwie ein bisschen schmerzhaft! Weil ich nicht nur gerade Fische? Doch, da unten! Halt! Fisch! Nö! Ja, so langsam würde ich sagen, habe ich doch recht viele gute Sachen schon! Gut! Oh Gott! Äh, okay, die können ein Problem werden! Wie viel Brenne? Ich brenne! Ich brenne! Was bringt mir das? Wut auf Feuer? Könnte ich mir doch eben ein bisschen was rüsten, oder? Nö! Mein Äpfel gehen auf Wanderschaft! Mein Äpfel gehen auf Wanderschaft! Nö! 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 Willst So und das war's jetzt Okay, was hat sie in der umwelt versteckt Wo das in dem feuerplatz könnte ich eigentlich gleich mal ist ein pfeil Da haben wir schon eine kugel das war easy noch und zu damenbogen nice Das wäre ich damit das so ein fehler drin ist hier frisch stock Gut Dann habe ich das baumhaus angezündet Okay, ich mache mir jetzt erstmal was zu essen Kann ich auch reis eigentlich auch anbraten So meine jetzt frage Okay, das geht nicht reis verträgst nicht mehr feuer gut zu wissen Gut was kann ich noch so ein bisschen andünsen hier die pilze die genau klar fisch Ich glaube so viel habe ich gar nicht mehr, nö Doch hier das fleisch nämlich noch Bisschen Nahrung haben wir Ach, Moment, da hinten liegen noch Pfeile 3 ist bei so vielen gegnern hier Ich weiß nicht was jetzt noch als kommt Würde ich auf Pfeile sehr ungern verzichten wollen Und die andere frage ist die eigentlich, wo muss ich die hinbringen Ich habe doch keine ahnung wo die kugel hin muss Ich soll drei kugeln wieder zurückbringen Jawohl Oh shit Oh shit Oh shit So was Haus du ab Hey was ist mein Exel Okay cool rollt runter mit reißen gut gut wenn er schon mal hier als ein brandstück kann auch gerne mal eben mein fleisch rossen so gut eben noch ein apfel reinschieben gut dann muss ich wohl anscheinend noch den hinox plätten gut schwer draus ich hoffe ich kriege das irgendwie hin eigentlich bräuchte ich noch irgendwo eine waffe ja das wäre mir weiß gott lieber wenn ich noch irgendwo eine hätte sollen wir gehen mit der offen mütze das ist die truhe gar nicht gesehen gerade die kann ich jetzt echt gebraucht ich hoffe da ist ein schwert drin irgendwas anderes so dann steht ja gut das habe ich auch schon gesehen was sofort ist ja toll blitze kommen jetzt auch noch ist ja super finde ich ja mega nice gut bevor ich jetzt mit dem hinox rumschlage ich kann ja eh nicht jetzt mit schwert kämpfen durch die blitze schaue ich mal wo ich noch hingehen könnte tschüss 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 kann ich so nen blitz einfach den hinox treffen das sieht verdächtig aus da oben könnte was sein ich glaube ach interessant der sudan schützt sieht aber keine bombe an er kann blitz an ach ach oh ach was passiert eigentlich nicht so ein vieh abschieße lädt er sich ja sehr schön ach ging besser als du da wartet da ha bist du höre idiot ey jetzt wird leider keine feile mehr eine volle schwachmaten link was musst du da ach gut ach hier kommen die kugeln muss da habe ich jetzt kein feil mehr ist das bei dem hinox natürlich ach habe ich leider nicht zu ende gedacht der trägt auch eine kugel bei sich ah war da jetzt eine kugel ich bräuchte hier eine sache um zu aktivieren ich glaube ich hole erst meine kugel pack die hier rein vielleicht kriege ich ja irgendwas Pfeile aber weißt du ich was und dann habe ich bessere Karten bessere Chance vor allem so komm mal mit so der kann auch ruhig weiterpennen ich habe jetzt überhaupt kein Problem dass er mich schon in Ruhe lässt links wäre eigentlich auch ziemlich nice ne wenn ich irgendwie mehr Ausdauer hätte aber leider ist es ja Pussekuchen hier auf der Insel das bringt sich aber keinen Blitz an oder? na ich hoffe nicht komm Link bewegt dich schneller ich glaube ich sollte mal gucken ob ich nicht noch mehr übernahm wachsen den sie scheint dafür ziemlich gut geeignet zu sein super achso ich muss alle aktivieren auf einmal ich dachte jetzt passiert irgendwas nö das ist natürlich hier ich habe keine Pfeile mehr ja super toll kochen kann ich jetzt auch nix aber wie gesagt grad scheiß Wetter ist hm was könnte ich denn ich glaube das könnte reichen was ist ich hab getroffen so moment gehst du noch ein da ja das können aber zu weit sein ach guck mal da oben vorsicht shit shit hey nicht wie ein Pfeilmeister was sagt ein altes Sprichwort alles gut komm von oben wenn mir fall ach dieser Moment wenn man einfach vergessen hat es war keine Falle mehr hallo ja super wo feile verdammte scheiße egal muss irgendwie so schaffen ne meister ich bin am baumklern cool ne oh shit oh shit wir müssen wir für big problem jetzt werfen wir schon den scheiß stock weg danke oh gott ich habe mich ja fast erwischt ey und ich glaube ich sollte wegrennen Jo ich renne lieber weg such dir mal Anna zum spielen komm Link kletter okay ich brauche Trinkpfeile ich habe keine Chance ja super felsbrunk komm auch noch von oben ich bin es ist besser und steht als ich hier bin willst du mich verarschen oh gott nee lass mich hoch und du kannst runter so natürlich ja gut jetzt habe ich schiss jetzt kriege ich ein Bofensaußen jetzt kriege ich ein Bofensaußen oh gott der kommt damit schwer das ist ja unfair jo döllig 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 ich musste da alles essen ey sonst bin ich down hm besser nach und nach erledigen ne oh gott was bist du denn von mir oh ne es kommt eine Dicke uuhh 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 ah ne da hab ich nicht mehr Glück als Verstand gehabt wo ab meister schweigen gehabt ey Obwohl, das sind Kisten, ne? Vielleicht finde ich da Nahrung. Oh, ne, das ist keine Kiste, das ist eine Mauer. Aber da, was ich da... Da ist eine Kiste. Also, richtige Kiste. Warum kriege ich hier so viele Böge, aber keine Pfeile? Hier läuft doch irgendwas falsch. Das ist gewaltig. Haufenweise Obst. Gute Nacht. Toll. Hier haben Sie jetzt auch, wachherrlich. Warum ist der andere jetzt auch noch da? Mist. Gut, ein Stück schon mal. Das hat der andere Schwert, oder? Ne, hat er nicht. Wo ist das Schwert? Ja, herrlich. Was macht ihr denn hier? Boah, ihr Nerven singen, ey. Unterlassen wir keinen Dings. Wie nett. Aber wo ist das Schwert hin? Ich brauche das Studatenschwert. Scheiße, ist echt wahrscheinlich runtergefallen hier irgendwo. Mist. Okay, ich habe eine Vermutung. Das war jetzt nicht so das, was ich geplant habe, aber okay. Da ist das Schwert. Geh mal, ja. Gute Nacht. So, jetzt muss ich den Dicken gleich irgendwie noch killen. Das ist ja auch so ein Schwert, ne? Toll. Hi. Ich glaube, es ist nur noch mal das Essen. Und, guten Nacht. Okay, kurz ein Leck gehabt. Schildtasch ist voll. Ernsthaft? Ja, gut. So, habe ich jetzt... Das ist gut gemacht, aber nicht. Und ich bräuchte Feuer, aber ich kriege kein Feuer. Kriege ich jetzt Feuer? Vielleicht? Kriege ich so die Platte weg? Nein. Die Armut ist definitiv... Nein. Ja, 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 ja. Auf jeden Fall kann ich jetzt so ein bisschen... ...beraten. Hey, mein Essen fliegt weg! Wie zum Fick kommt der Ochse da hoch? Brauchst du da Frucht? Da möchte ich jetzt mal wissen, was ist da oben? Und ein Ochs ist? So. Wie krieg ich die Steinplatte hin da weg? Hätte ich da doch den dicken für gebraucht? Hey! Was ist jetzt hier oben? Ich höre ein Schaf, ich höre ein Ochse. Sorry Kollege. Bleib stehen! Du musst beim Müller essen! Dezent auf den Nerv! Muss hier hin? De-spawned? Wahrscheinlich. Ja. Sportlink. Sportlink. So. Gut. Aber wie kriege ich denn jetzt bitte die Felsplatte runter? Oh, es ist eine Eisenplatte vielleicht. 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 Jo. Hm? So. Womit schmackes! Jawollo! Klappt hier doch alles, wenn man will! schmackes! Hö! Ach. Schwung. Hallo! Schmmm! Geht doch! Schmm! 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 Ach, da ist nur eine Truhe. Oh, gut versteckt. Gut, jetzt brauchen wir noch die Kugel vom Hinox. Ein Ritter spürt. Ein Ritter spürt. Och, das ist wie ein Traum für mich. Gut, jetzt bleibt mir noch der Hinox. Wo ist der Dicke? Pennt denn nochmal? Da pennt der Gans. Nee, noch nicht ganz. So. Und wie fliegt der? Wie fliegt der Flie? Ich ziehe einfach beschissen. So, mein Fremd. Und bitte mal, ich hab doch Essen gemacht. Hallo. Boah, das muss wehgetan haben. Oder auch nicht. Nein, ich hab da neben geschossen. Ach, nö. Guck, guck. Guck, guck. Ich hab noch nicht... Eine Idee hab ich noch, aber da würde ich eigentlich nicht das Spiel benutzen. So, zeig mal, ja. Nope, das war nicht das, was ich eigentlich... Nö, das bringt nix, Freunde. Boah. Mist. Ich brauch mal eben eine andere Waffe, wär gut. Boah. Finger von den Dingern, mein Freund. Oh. Mist. Mist. Auf die Arschbacken! Oh oh. Sorry, Kollege, im Mittagessen muss ich ein anderes suchen. Nein! Oh, Miefer, du hast mich in den Arsch gerettet. Ja, scheiße! Oh, es lief doch eben gerade noch so gut. Ja toll, jetzt muss ich alles essen, was ich irgendwie habe. Ja gut, wenn ich jetzt abkratze, habe ich echt ein Problem. Ja, eine gute, toll. Ein Versuch mache ich noch. Was aber nichts bringt. Scheiße. Ja, jetzt hält er sogar ein Auge schon zu. Ach, Palmfro, nice. Ne, es bringt nichts. Nein! Scheiße! So, wie mache ich das jetzt am besten? Oh! Zweihänder. Der wäre immer noch diesen blöden Ast da. Kommen wir jetzt, wirft der Scheiß Tell doch weg! Mist! Gott! Scheiße! Hat der mich doch erwischt! Verdammt! Ich hoffe, ich muss nicht, äh, jetzt alles von vorne machen. Das wäre mega ehrlich. Ah, ich brauche mehr Pfeile! Wenn er mich mit einem Tritt erledigt, dann, ja, Prüste gucken. Bring nichts, der mich dort. Ich brauche mehr Pfeile. Oder der erste Schuss muss sitzen, aber... Oh, ne! Oh, dein Ernst? Kann ich hier mit keinem Punkt laden machen? Du musst doch hier irgendwo laden. Gut, werde... Dann spare ich mir wenigstens den Flug, ey. Shit, okay, vielleicht muss ich mich wirklich... Ah, wie gehe ich denn vor? Der Hinox, der ist ein Problem. Ich brauche Pfeile. Ich brauche Pfeile. Ich brauche die Schwerter. Schwerter habe ich gerade schon gehabt. Wieso bist du jetzt hier oben wieder? So. Ab hier sind wir jetzt wieder alles da. Die Sache ist die, ich habe jetzt ein bisschen was gesammelt. Ich habe noch ein paar interessante Orte gefunden gehabt. Und... Ihr könnt euch einfach hierhin stellen und die Kerle schießen hier mit einem Bogen einfach weiter. Als ob die nichts Besseres zu tun haben. Haben die wahrscheinlich auch sogar nicht. Und... Man kann sich hier sogar noch ein paar abgrasen. Für den Hinox natürlich ziemlich ideal vorausgesetzt. Also sie treffen natürlich eigentlich. Aber ich habe noch gar keinen Bogen. Schieße. Gut. Erstmal haue ich jetzt wieder ab. Ich habe noch ein paar Rüben gefunden. So wie ein Maxi-Trüffel. Also man kann hier wirklich eigentlich doch recht viele Sachen finden. Ich war gerade noch ein bisschen zu blöd dafür anscheinend. Boah, sag mal. Hallo. Ist es mal gut? Schnauze. Boah, die... 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 Machen echt... Das nicht locker, ey. So. Auf jeden Fall. Da hinten. Auf einem Stein ist mir noch eine Truhe. Die würde ich gerne holen. Kommen da aber ohne Bogen wahrscheinlich nicht hin. Weil noch ein paar Oktore sind. Drog sind. Heißt bei uns. Schnauze. Erstmal für den. Und ich kriege fünf Pfeile. Nice. Heißt für den Meister da oben. Erstmal. Klappe. Gott. Nummer 1. Den nehme ich mal an mich, wenn du nix dagegen hast. So. Bei dem ist auch finito. So. Jetzt habe ich ja den hübschen Bogen. Damit kann ich ja ein bisschen was machen. Nee. Den kill ich lieber mit dem Stock. Das müsste auch ziemlich gut gehen. Oder der Bogen auch, ne? So. Jetzt nicht mehr. Noch irgendwas Brauchbares gedroppt? Nö. Leider nicht. So. So. Datenbogen. Ach, da war eine Zitterbruch drin. Ja, die nehme ich doch. Gut. Die habe ich. So. Da habe ich gesehen gehabt. Von hier aus. Sobald der Kollege weg ist. Dahinten ist noch eine Truhe. Die will ich natürlich dementsprechend haben. Sorry, Link. Einen Hellsprung wird heute nix. Oh, ein Rüstungsschnapper. Gut. Den Kochtopf wissen wir auch, wo wir den finden. Ein Sudanschwelle. Ein Sudanschwelle. Das kommt natürlich wunderbar hierher. Die sind echt noch ein paar Fische. Best. Gut. Das habe ich jetzt natürlich nicht gekriegt. So, ich habe noch genug Pfeile. Mit sieben Stücken müsste ich eigentlich hinkommen. Und zwei davon so circa gut treffen. Ja, was siehst du denn? Hau ab, du Schlammi. Einer ist oben auf dem Berg. Den lasse ich aber erstmal noch da. Habe ich noch irgendwas, was ich grillen kann? Hier, Pilze. Und ein Fisch. Gut, ich vergesse immer, dass die Fische ein bisschen länger brauchen. Oh, Rüstschwerbananen habe ich auch gar nicht gehabt. Interessant. So. Gut. Die anderen waren ja einmal weiter oben. Und wiederum andere waren ja ganz, ganz oben. So. Weil ich hier gerade in der Nähe bin, klebe ich mal hier hoch. Ich glaube, da oben müsste ich ja auch ein Soldatenswert noch gekriegt haben. Deswegen benutze ich das andere jetzt mal. Kann ich mich da ein bisschen besser verteidigen? Oh Gott. Oh Gott. Oh. 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 Das ist eine Truhe. Die nehme ich mal eben kurz. Nee. Den muss ich einem Fall auf jeden Fall mitgeben. Oh Gott. Oh Gott. Da kriegt er einen Stromschlag. Äh. Ne. Ich nehme mir mal die Lanze. Schwimmen will ich eigentlich nicht haben. Deswegen. Toi, jetzt habe ich ja wirklich alle Schar hier. So. Ich wenigstens bisschen bessere Chancen, nicht vom Blitz getroffen zu werden. Der geht da mal oben nicht auf eine Mütze, du lässt die Finger hiervon. Also nix zu meinem Kollege. Gleich schnell weg. Dann schon weg. Ähm. Mhm. So. Puh. Alles klar. Nur war es viel einfacher. Ich weiß gar nicht warum ich mich gerade so blöd angestellt habe. Boah habe ich mich jetzt aber erschrocken. Da kam der Blitz mir doch ein bisschen zu nah runter gesegelt. Jetzt müsste noch der Ring aufhören und ich bin zufrieden. Okay. Hier war ja noch eine Truhe. Dritter schwert. Da kommt noch der Meister hier dran. Ah. Oder Unlink Pfeile. Die muss ich gleich noch holen. Die muss ich sowas von gleich noch holen. Bockschild nehme ich auch gerne. Oh. Ja. Lass mich was anderes ausrüsten. Fächer. Ja. Gut. Das blöde will er jetzt mal bitte vorbeigehen. Hm. So. Kann schon mal Zeit anhalten. So. Oh Gott. Das reicht auch schon. Nice. So ein Mainz. Gut. Gut. Haben wir sonst noch irgendwas was ich benutzen könnte? Oh. Ja. Scheiße. Es kommt gleich wie ein Blitz. Es kommt gleich wie ein Blitz. Es kommt gleich wie ein Blitz. Hallo. Kannst du mal aufhören zu reden bitte? Ah ne. Es sind ja echt blöde Regen. Kann nichts machen. Gut. Da ist der Hinox. Ich glaube den kümmer ich mich gleich schon fortan. Och. Der blöde Regen ey. Kann ich mal aufhören? Na gut. Gehe ich erst so. Doch nur drüben hin und kommt gleich. Oh. War da oben nicht auch sogar ne. Dingstelle. Komm mal an. Da unten. Das sieht doch im Fall für die Bomben aus. Was? Man muss sich hier nur gründlich umschauen. Dann ist es eigentlich recht einfach. Ein Glanze. Super. Natürlich. Jetzt bin ich hier unten und jetzt hört der Ring auf. Danke Spiel. Verarschen. Geil mir auch alleine. Ich hab keine Ahnung mehr wo die Pfeile hingefungen ist. Verdammt. Gut. Der schläft noch aus dem Schlaf. Kann der gerne machen. Ich geh mich mal weiter oben umsehen. So. Damit es auch ein bisschen schneller geht. So. Da lanze. Gut. Hab ich irgendwas was ich werfen kann? Nee. Das war. Irgendwie laufen meine Pläne gerade nicht so wirklich. Gut. Ich krieg auch ein paar Stromstücke mit dabei. Ist mir wert. Mal eins. Ach stimmt. Ich darf es ja auch nicht berühren. Verdammt. Gut. Das kann ich schon mal essen. Sehr nice. Sehr nice. Sehr nice. Sehr nice. Gut. Feuer. Kommt hier rüber. Jetzt kann ich auch endlich mal was kochen. Sehr schön. So. Was nehme ich denn heute auf die Speisekarte? Den Lilo. Vielleicht haben wir hier den Schwertschnapper mit ein bisschen Apfel. Bestimmt lecker. Oh. Der ist aber wirklich lecker. Gut. Einmal der Rösungsschnapper mit, ähm, die großen Maxi rüber. Best. Das war nicht das, was ich erwartet habe. Aber auch gut. Obstsalat bestimmt. Ein paar Pilze noch dazu. So. Mach kochen Spaß, liebe Freunde. Äh, was kann ich denn noch hin machen? So viel hab ich sonst geil mehr, ne? So mit Bananen. So. Wo muss mit Pilzen? Hm. Gut. Gut, 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 gut. Wo ist meine Axt da? Äh, wo ist die Kugel? Ach. Die liegen doch da unten im Lager, ne? Gut, das kannst du natürlich erklären. Gut. Also, ich hab jetzt ein gutes Schwert. Komm. Obwohl ich komme gleich, mir kommt gerade noch ne gute Idee. Gut, ich futter mal eben kurz was. Ja. Jawohl. Warum? Scheiße, warum ist er auch gepanzert? Warum ist er auch gepanzert? Oh Gott. Boah. Tiermeister. Die rieb auf Spanilo. Oh nein. 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 Weg damit! aber legst du das ding jetzt weg so knochenbockbogen so schnauze voll von dem kollege ich habe keine waffen mehr so einfach sehr schön sehr schön sehr schön weiß punkt ist voll wie kommt das denn oder ich habe nur die bilder hier so gut welches da wo sitzt das amulett von minox hier ne gut und das letzte amulett war da hinten am strand was ich da hin bringen muss dann wird es eigentlich auch gut geschafft gut ich habe war leider beim ersten versuch leider nicht so erfolgreich wie gesagt da habe ich ja leider leider ich glaube verfassen kurz vorm ende gegen die hinweg verloren lasst mich über freunde ich bin nichts von euch die letzte kugel jub war da hinten holzige du bist mir jetzt mittlerweile egal das hier ist gerade greift mich von hinten ein so ich denke ich auch mit magneten mitnehmen gut dann haben wir jetzt auch geschafft so es muss nur den kürzesten weg dann finden und wir auch noch ein fall gewesen kollege da ist die kuh hat mir gerade den arsch gerettet ich glaube der schrein ist auch im wasser wie komme ich denn da hin hallo lässt mich mal ruhe dankeschön wie komme ich da hin sie machen wir keine hobbys ja wahrscheinlich mit eis ne ja So, ich hoffe, die kann da jetzt nicht durchfallen. Oder ich habe ein Problem. Das kann natürlich auch sein. Ja, ist doch Eis. Wie komme ich denn da jetzt hin? Wie komme ich denn da jetzt hin? Verdammter Mist. Ah, ich glaube, ich weiß, wie. Ich glaube, ich... Ja, ich versuch's jetzt einfach mal. Ich versuch's. Ich weiß mal jetzt nicht, ob das unbedingt die hundertprozentige Lösung ist, aber vielleicht, wenn ich mit dem Floß heranfahre, kann ich dann darüber laufen. Das würde zumindest nochmal Sinn ergeben. Wo ist es denn? Das war irgendwo hier in der Ecke. Floß, wo bist du? Da ist es. Ein bisschen zu lange gebraucht zum Spawn. Gut, und... Los! 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 Gut, das war jetzt nicht so geplant. Los, los! Au! Oh, die gehen mir echt auf Mütze, ey! Haben die nix Besseres zu tun? Wirklich? Hör mal auf damit! Oh, nee. Wie sehen Sie? Ich schaffe mich. Was? Möchtest du mit der Prüfung fortfahren? Fortfahren. Worin gehst du? Kehrst du uns zurück, wenn du mit der Prüfung fortfahren bist? Ja, will ich doch! Ich bin doch eben im Floßgrad unterwegs, du! Komm, mir kommt die Papa-Floß! Na, du scheiß Teil! Wie kriegt das Floß jetzt nähere an die Insel ran, ohne dass die Prüfung sagt? Nö. Darf sich. Komm, komm. Kommt da lang, da lang, sonst nehmen wir uns so weit weg, so. So, gleich bin ich da. Kein Wunder, ob das wirklich der richtige Weg ist, wenn ja. Hallo. Das sind die Holzballer in der MWG. Äh, Holzballer sagt schon. Baumstümpfe. So. So. Na, das sind doch mal sauber eingeparkt, so halbwegs. Ne. Sollst du nicht das Ding baden? Sollst du es rüberwerfen? Ich wollte mal im Werdescheiß, hier geht es jetzt im Weg. Ja, geschafft! Jawoll! Boah, da fühle ich dir aber auch eine fälle Entschiedung kam, Freundchen. Hä? Natürlich, ich muss erst mal auch oben auf den Berg raufklettern. Hm. Hm.